Wir sind der Sonnenhof! Morgens haben alle Tiere Hunger und müssen gefüttert werden. Als erstes bekommen die Kühe frisches Heu. Guten Appetit, Millie! Und jetzt sind die Schweine dran. Achtung, hier kommt das Futter. Hey, nicht drängeln! Es gibt genug für alle! Ich glaube, Peter möchte auch etwas haben. Haben wir jemanden vergessen? Entschuldigung, Rufus, du bekommst natürlich auch etwas. Komm runter, es gibt leckere Körner! So, alle Tiere sind versorgt. Und was machen wir als nächstes? Jetzt geht's zur Heuernte! O Mann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kiến